Ich hab grad Hotscho So, wir haben's fast Hoffentlich kommt noch ein Tank bevor wir es hier alle wärm Außerdem, es wäre doch voll böse, wenn ich die ganze Zeit hoffe, dass ein Tank kommt und ich dann irgendwie nur ein paar Punkte mache Vom Schaden her, wenn du verstehst, was ich mein Ja, Verstüchung Lade nach! Also, ich lasse euch mal euren dreckigen Schicksal, okay? Und mache mein eigenes Ding Okay Echt nett, dass du's verstehst Lade nach! Lade nach! Lade nach! So, unten liegen noch drei Ich hab grad einen Monsterhook geklettert Oh, verdammt! Oh, verdammt! Ah, Mann! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Mit mir dein Entscheid sog. weiz! selb! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! mehr Deckung ich bin selbst am Paragraphen die Fäckung der Deckung hat so wie es geht jetzt ist der Heiligen der Schein und Stuttgart im Grunde genommen das ist ein bisschen in Kampfer der Halt ich habe mich immer auch mal ganz kurz wo oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott sind alte wieder hinter mir hergelaufen ist ja ich bin hinter ihm und ich muss nachladen du musst die umringen sonst kann ich dich nicht gucken ja ja wo sind die Ach man lässt es leben du hast doch noch du kannst dich rein wir müssen wir schaffen wir können das schaffen fehlen noch drei Container irgendwo ich hatte ein Kontakt einfach zusammenbleiben jetzt können was schon fuck los auf 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 sorry er hat schon bruhl gesagt und vorher hat das andere da sind die Tabletten nochmal mit uns ich nehme kurz Munition hier ist ein Tank gib mir Deckung bitte ich mache jetzt ein Superspeed alles ok hier unten muss noch einer irgendwo rumliegen ach das war das war eine Heide einer muss jetzt noch rumliegen oder wo sind die noch nach oben nach oben ab wir zwei dürfen nicht verrecken wir können doch die Map zu gut ja das ist ein Defibrillator hier ist nicht so einer da gab es nicht normalerweise immer ab und nimmt er weiter nach verdammt so weit der Weiber gab sogar Zweiche gibt keine nein wo bist du denn Tank hast du das nicht stell nach oben geht zu den Treppen dort wo wir immer noch umgegangen sind oh mein Gott ich bin da bei den Treppen und da ist der Tank du bist bei den falschen Treppen geh nicht runter geh nicht runter erst da aus unten ja das ist was nein es hat mich in Charger erwischt ich schieb den Charger nicht ehrlich jetzt nachladen ich habe keine Munition ich sterbe 100% sorry Edgard ja machen los andere Ansicht andere Ansicht andere Ansicht andere Ansicht ja auch bei der Zollernahme ich äh ich guck mal auf Coach drauf oh da kommt ein Charger auf hinzu ok er ist ausgewichen aber er greift ihn nicht an ja jetzt wird er von ihm geauto attackt oh mein Gott und bei Coach ist der Tank ok Coach muss sterben ja du bist jetzt noch immer die letzte Chance ich schaff es nicht da sind noch wo ist der Tank ähm der Tank geht gleich zu dir nein geh nicht runter oh mein Gott ein Hunter ist hinter dir Hunter hinter dir und rechts von dir ist ein Tank und der Hunter ist gleich auf dich drauf ja ganz genau so wir haben es nicht geschafft dann kommt jetzt eben der nächste Versuch oder ja äh full up get out of there ich hab's doch versucht hm ich hab versucht zu Coach zu gehen damit er mir dort Deckung geben kann zwar liegt er da unten rum aber er ich dachte er ist mir gefolgt nach oben aber hat er also wir zwei bleiben jetzt zusammen ok aber jetzt dass da ein zweites Mal ein Tank gekommen ist man das hätte ich jetzt nie wir müssen es so schnell machen dass kein zweites Mal ein Tank kommen kann ja ich hab immer versucht aber dann kam am Schluss immer dieses Smoker und alles mit und jeder andere Scheiß ok das war voll scheiße stimmt das ist wirklich scheiß ich auch nicht so das beenden wir jetzt aber so richtig ja können wir schon zu zweit starten und die anderen da oben das war nicht immer Thanks for taking my first aid Kind Ah meine Fresse wenn jetzt schon einer stirbt das ist oh mein Gott der Fassung oh mein Gott was 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 war das gerade was wir können das nicht mehr schaffen doch mit Köln wir schaffen verspricht mir dass wir zusammenbleiben ähm wir können jetzt schaffen wenn wir warte dort nicht was machst du? was soll was bedeutet Kampagnen Neustarten dass wir diesen Teil Neustarten oder dass wir allgemein alles neu starten ein Runde Neustarten sein die wieder können wir vergessen Vorschläge mir fällt etwas ein ich glaube ich ich habe gedacht Jimmy Gips Auto ist ja noch irgendwo hier wir suchen nein neue Kampagne starten dürfen wir nicht wir können so nicht okay aber zu dritt können wir das nicht schaffen doch wir können es schaffen wenn wir zusammenbleiben aber so geht das nicht schnell genug wirkt ein fabelhafter Ausflug okay dann müssen wir uns jetzt aber wirklich immer wieder zu den Containern begeben und wir müssen alle zu dritt äh zusammenbleiben okay ich habe eine bessere Idee komm mit wir gehen jetzt die ganze Zeit hoch und wir schmeißen erst alle Container runter also ich mach den ersten rein nein du ich hab gesagt komm mit okay hier nach oben wir bleiben zusammen und schmeißen alle Container runter und dann können wir uns um den Schmerz kümmern wir wollen doch nicht dass unsere Zuschauer wieder hier schmeißt ich ja jetzt einer und am an oh mein Gott so da wollte ich runter schmeißen da liegt doch einer und dann gehen wir in die andere Richtung zuerst bevor wir hier runter gehen okay ich habe da lange nicht noch zwei am Fluss die wir nicht abgeholt haben und deshalb das haben wir jetzt auch geschafft hier liegen noch zwei nein einer ich brauche nur eine ich kann ich halte für eine Sekunde ich halte dich wenn du mir hilfst sie hochzubringen ich hab du kommst wohl echt nicht mit deiner Waffe klar hm Alter wie viel dämmisch war das denn da bist du schon ich bin der Einführer hier gibt eine Deckung hinter mir da so werde ich dich niemals teilen wenn du mich immer so warte wir müssen dort hin da sind zwei hier aufnommen wo stellst du doch da A4 amt so ist es doch was geht so schön wo ist sie denn ja ich bin so gut wie tot wenn du nicht runterkommt bin ich so gut okay hier sind beide Container unten da ist der Tank da ist der Tank wir vertreten der wir von einem Monat oder so runter ich hab einmal angezündet ich hab einmal angezündet damit retterst du mir das Leben wo ist er wohl zu er klettert hoch oh mein Gott wo klettert er hoch er ist in meiner Etage und ist in Byroshell das ist das ist das ist ein bisschen das ist wieder mal die letzte Chance ich schaffte sie ich gehe zurück ich muss ein bisschen Rundenlauf machen okay er hat er hat er hat und so war es auch mit mir so muss ich jetzt drauf und sterbe ich bin da oben da ich komme er ist tot und ich sterbe in etwa ich komme ich komme ich komme das ist noch ein bisschen schaffe ich mich hat noch etwas Zeit okay jetzt nicht verdammt muss nachladen das schaffe ich nicht allein hier ist das bestimmt nicht ich habe gesagt zusammen ist es zu tun du hörst nie auf mich hallo ich muss in der Woche helfen du musst dir nicht helfen wenn ich sage okay Leute das wird jetzt das letzte Mal sein dass wir das hier wiederholt ja denn wir schaffen das jetzt ja das schaffen wir jetzt heidig bitte und diesmal stoppt Coach sich am Anfang wegen dem Hunter weiter geht Coach da war Interpol Interpol war da eindeutig schuld sie ist weggegangen als der Hunter gekommen ist ihr Leben hat in dieser Zombie alter wie viel hatte der dann keine Ahnung wir haben ihm bisher noch viel drauf gefeuert und er hatte ihm ist das komisch an wie hingelassen wird jetzt schon mal gesehen ist irgendwas doch da bin ich ich bin gar nicht so ich bin gar nicht so ich bin kann sein dass ich das auch war das werden wir nie wird du bleibst jetzt bei mir okay wir müssen zuerst alles alles runterwerfen und dann können wir dann können wir sie einführen okay denn es ist das schwierige ist sie zu holen also erst einmal nehmen wir die Treppe die in der Richtung von der Eingang ist von dem Ausgang ist die ganz nach oben wird ich würde erst die hier sagen nein die genau die andere die hier würde ich sagen ne die hier wo ich bin ich kann nicht gut gebrauchen wir gehen von ganz oben immer weiter runter von oben kann man überall hin kommen aber Hilfe Smoker unten in der untersten Etage das ist dafür dass er mich gewürgt hat ich muss runter ich muss runter ich habe vergessen kann ich mir kurz decken geben während ich hier versuche ich bin gerade oben und zu das ist die Tanzkunde der hat den von oben kann man überall hin kommen aber von unten nicht so ich bin ich bin Ohlmann brauche Deckung hinter dem ja du brauchst du Bömer du brauchst du wie viele Maße das hier sind das kommt zu glauben das ist viel einfacher als das Survivor und wir schaffen das nicht das ist unmöglich so oben haben wir alles runtergespüssen folgten ein Stuhl quietscht übelst wir gehen jetzt nach unten Achtung 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 Nein bist du gerade runtergefallen ja das bin ich ja echt nett wenn du mich beeiligt bevor der Tank kommt der Tank ist da der Tank ist noch nicht da okay dann ist schnell alles einfühlt ich hole noch den letzten Rest okay okay ich fülle schon mal ein ich hab's ich hab's alles ist der Sport auf der Zeit auf der ersten also weil er bei uns ich kann so gut als sie nicht mehr also mein ich bin gerade auf dem Boden uns genommen verrecken wir bringen den über dir unverdammt nicht ganz gesehen Schaden gemacht aber diesmal kann ich nicht so viel Schaden machen weil ich ja und dann sollte wie die Guter mit diesen komischen Steinklötzen ziehen kann Schießt auf ihn, schießt auf ihn, einfach auf ihn schießen mit der Pistole sogar Hilfe, schießt Ach, wer denkt das Tote oder was? Ja, ich hab ihn umgebracht Hilfe! Nach nach hinten, komm! Danke, ich hab' ganz kurz Ich muss das letzte Medi-Pack Ich hab' alle Medi-Pack Ja, sie beschwert sich aber Sie können... So, alles einfüllen, bitte Beschissen mich, hallo, hier ist ein Zäumis Oh Gott Oh mein Gott Ach ja, ich schmeiß' das noch runter, was auf dem Dach rumliegt Ich erreiche ihn von dort von soweit nicht den Jockey Du musst ihn kurz helfen, bitte Okay, ich hab' gerade einen Tick wieder eingefüllt Ist hier noch was auf den Dächern? Keine Ahnung Bewegt eure Ärsche hier rüber Ich rette ihn, ich füll' den Rest ein So, diesmal haben wir's Achso, okay Danke Ich hab' einen Schneller, schneller Ach, dann lässt du... das letzte fehlt Das letzte Oh Gott, hey, hier... hier macht der Gangnam Style oder was? So sieht es bei mir aus, wie ihr mit eurem Bein euch so bewegt Kommt zum Auto Ja, ihr habt es geschafft Endlich Hat uns sowas ziemlich lang gedauert Oh, das ging durch Wow Ich hab' gerade eine Errungenschaft bekommen Ich hab' Zum Gedenken an Interpol Ja, bis der Arzt kommt Ja, bis der Arzt kommt Überlebende Ich hab' Ja, verstorben Überlebende Verstorben Okay, ich stimme mal für überspringen Nein, ich will kurz schauen Todesfälle Ich bin am meisten gestorben Außergefecht War' ich achtmal oder neunmal Verbrauchtes Verbandszeug Am meisten, ja Verbrauchte Schmerzwittel Verbrauchte Adrenalinschüsse, ja Benutzten das nicht Verbrauchte Röhrenbombe Hm Molotov-Cocktails Verbrauchte Behälter mit Galle Getötete Hand hast du mehr als ich Ich hab' die meisten nach am Fries Viele Smoker hast du mehr als ich Charger haben wir gleich viel Jockeys habe ich am wenigsten Splitter habe ich überhaupt keine Gewöhnliche Infizierte hast du am meisten umgebracht Komisch Am wenigsten Schaden erlitten Hab' ich Nicht ich Ähm Die Witch Am meisten gestört, ja Ich hab' die Verbündeten am meisten geschützt Ich hab' die Verbündeten am meisten geschützt Ich hab' die Verbündeten am meisten geschützt Und du auch Ähm Ja, Geheilt Genauigkeit insgesamt Ja, du hast Kopfschüsse 6 Du hast 5 Prozent 1439 Zombies wurden bei dieser Fehlproduktion verletzt 1439 Zombies sind ums Leben gekommen Schade Okay, das war, würde ich sagen, auch unsere erste Aufnahme Ja Ja, und schaltet wieder Schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Left 4 Dead 2 Ganz genau Also würde ich sagen, wir hören jetzt mit der Aufnahme auf, oder? Und bereiten was ganz Neues vor Ja, also auf Wiedersehen Und bis zum nächsten Mal